Du sagst, kannst du eigentlich türkisch? Nee, nicht türkisch. Ich bin lecker. Doch, ich hab das ganz bewusst. Was? Als... ...türkisch. Echt sehr. Das heißt... ...asenabtücerem. Asenabtücerem. Asenabtücerem. Weißt du so? Ja. Wir brauchen jemanden, der sich so hält. Ja, bitte. Das ist jetzt froh, heißt. Ja, genau. Wir sind da. Ey, genau. Ja, aber nee, dann ist das... ...wenn wir unten gefüllt. Ja, wir sind übrigens auf dem Weg gerade nach Bulgarien. Und wir haben uns gewagt. Das, was wir tun wollten. Crazy. Ja. Ja.